Auf der Flucht. Gageln, Sarottler, Schweiz. Die beeindruckende Theaterwanderung nimmt dich mit in eine längst vergessene oder verdrängte Zeit. Begleite die Flüchtlinge auf ihrem Weg in Richtung Schweizer Grenze und werde Teil des Stücks. Geh ein Leben und dein Leben. Hast du Kinder? Sollen sie weiterhin eine Mutter haben? Also, wo sind sie hin? Die interaktive Wanderung des Theatro Caprile ist ein unvergessliches Erlebnis in den Montafoner Bergen. Kartenreservierungen unter info-at-montafon.at Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017